einen wunderschönen guten tag wünsche ich euch ich bin froh dass ihr wieder mit dabei seid hier in scam natürlich mit unser adawong nichts übersehen unser mobbettel haben wir auch noch wunderbar jetzt hauen wir uns auf eine axt ja in der letzten folge haben wir ja es doch noch geschafft dann ein motorrad zu kriegen zumindest mal dass man ein bisschen mobiles ist ja schon immer so ein bisschen so die frage mal laufen das hat alle schon recht weit weg aber man kann dann schon mal schauen so 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 ich gebe jetzt eine schaukel So. So, dann gucken wir doch einmal rein. Kann man das mit reinnehmen? Gut, gut. Aber da haben wir auch nichts, ne? Müssen wir mal schauen, ob wir hier noch was haben. Ne, aber ein Schrott, das reicht uns nicht. Das reicht uns bei weitem nicht. So klar wie Glossbrühe. Okay. 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 So, dann können wir mal schröcken. Untertitelung. BR 2018 So, dann können wir mal schröcken. Lampe Untertitelung des ZDF, 2020 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 So. 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 Trinken wir mal ein bisschen was. Wenn wir jetzt nach unten links gucken, haben wir jetzt schon 76% Flüssigkeit. Also verlieren wir schon ein bisschen was. So. 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 gar keiner. Das ist auch noch mein Geld. So. Pequila. Ne. Das kann man mitnehmen, das braucht man nicht. Buttermesser, das ist was für die Moja. Oh. Kaum spricht man von der Moja, kommt schon Geld in die Kasse. Wahnsinn. Töpfe, 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 Töpfe. Warum sind das so viele Töpfe? KonzentuQue. наверherst? Dad, dieser für Sie sagen. Vielen Dank. So, Oma ist jetzt ungeniedert. Und auch ein Schloss. Und auch ein Schloss. Ne, Vitaminpillen war das. Vitamin. Und auch ein Schloss. 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 Ja, ich freue mich. Ja, Oma, was ist los? Was, mal das Heim ausbrochen, oder was? Ja, ich hatte Taschengeld dabei. Ja, natürlich nicht. Natürlich nicht. Ja, ich freue mich. Ja, ich freue mich. Achteltank brauche ich bisher. Ja, ich freue mich. Untertitelung des ZDF, 2020 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 als breiter zerteilt so jetzt ist wieder repariert dann kann man das platz zum ausruhen dann 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 So. nochmals jetzt ein bisschen seil damit können wir dann auch schon wieder was anfangen wenn man zu einem kleinen angelplatz machen oder was man hier bietet sich doch an ich Okay. 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 Jetzt machen wir die ganzen Stöckle natürlich klein, damit wir da möglichst viele Stöckle rauskriegen, vielleicht langt sogar noch für eine andere Plattform. Ja, das sieht doch schon mal noch was aus. Okay. 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 So. noch mal baumkohle zerteilen und dann gibt es auch schon was ja baum, ja das ist ja immer nur noch hmm und schön angelsteg bin ich echt damit spannend wie das am schluss dann ausschaut ich so Ja. Die Plattform sieht schon mal nicht schlecht aus. Kommen wir da schon mal hin. Jetzt kommen wir da schön in die tiefe Gewässer. Was guckst du, komischer Baum. Gleich platt machen wir. Wer blöd aus der Wäsche schaut, den gleicht er. Na, Seri kann man jetzt nicht sagen. Wer gleich von Ader Wong aus den Socken gehauen wird. 30 war nicht ganz so gut. Aber immerhin. Der Wille zählt. So. 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 so dann machen wir jetzt hier und so lange plattform und so um und 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 dann haben wir da wieder platz also toolboxen kann man immer gut brauchen zum beispiel für die weste reparieren brecheisen reparieren ein bauch kann man jetzt da noch was bauen so und seht aber ob ich gleich zwei äxte vorhin gebaut hat weil die ist schon fast durch so 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 neuer ax und dann machen wir für diese folge wieder schluss schon wieder lang genug die folge und dann schauen wir weiter die 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 kleine stöckle die 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 y die 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 sehr schön ja dann würde ich schon mal sagen sind wir schon wieder ans ende angekommen und einiges geschafft in dieser folge sind in die stadt hochgefahren haben schrott geholt haben toolboxen gebaut noch ein bisschen anderen krimskrams mitgenommen haben hübsche schuhe gefunden also man kann zufrieden sein und wie gesagt lasst ein abo und ein like damit ihr dann nichts mehr verpasst dann werdet ihr benachrichtigt per e mail wenn ein neues video auf meinem kanal erscheint und in diesem sinne wünsche euch alles gute bleibt gesund und schaut beim nächsten mal wieder rein ciao ciao